Also ihr marschiert hier rein und verkündet, dass ihr euch trennt. Ihr habt zwei Kinder. Warum macht ihr das? Judy! Judy, es geht uns gut. Ja, wir wollen das so. Hören Sie, bevor wir weitermachen, Entschuldigung. Erzählen Sie uns doch etwas über sich. Also, damit wir wissen, wer Sie sind. Also, mein Name ist Judy Roth. Ich bin verheiratet mit Gabe. Ich war nicht vollkommen ehrlich zu Gabe, weil ich ihm nicht wehtun wollte. Aber ich wusste, was ich wollte. Ich war in Michael verliebt. Was soll ich sagen? Ich habe seit sehr langer Zeit mit niemandem mehr geschlafen. Meine Ehe war wie gesagt tot. Seit Jahren. Ich weiß nicht, warum. Das ist mein Mann. Wer ist das dein Mann? Das geht mich überhaupt nicht an. Das geht mich nicht an. Das geht mir ums Fass zufrieden. Es gibt eine ganze Reihe von sehr guten Professoren, die berüchtigt dafür sind, ihre Studentinnen zu verführen. Das ist ganz normal, weil, naja, das ist einfach ein Klacks. Ein paar Tage später zog Gabe aus der Wohnung aus und in ein Hotel. Mit Group von Ski ein Vater Was sollgas rethinkern? 2 Sand. 8 20 10